Hallo, ich bin Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 3. Dezember, damit den Abschluss der Monatswechselwoche vom November zum Dezember. Und unser Tag springt hier von rot auf schwarz und rot auf schwarz, von rot auf schwarz, wie lustig ist. Nach dem gestrigen Tag hat man die Aussichten durchaus eher pessimistisch gefasst, also auch ich persönlich war pessimistisch, habe mir sogar so überlegt, naja, wenn dann früh die erste rote Stundenkatze nach unten wegdrückt, dann klemmst du mal einen Short rein, dann probierst du es mal. Das hat er direkt gleich abgewehrt, indem er mit Aufwärtsgip reingekommen ist. Das hat jetzt überhaupt nicht zu der vorherigen Tageskatze gepasst, aber das haben wir die ganzen letzten Tage jetzt immer gehabt. Also unser DAX ist jetzt fast jeden Tag 150 Punkte hin und her, hin und her. Der eine oder andere kann sich noch gut erinnern, wir hatten schon mal so eine ähnliche Situation. Ich weiß nicht mehr, ob das hier war oder hier, ne. Das war auch so ähnlich. Da hattest du den einen Tag, war es total negativ, ne. Da dachtest du, Mensch, der DAX zieht jetzt unten raus. Dann kam Aufwärtsgip, er ist komplett oben hochgerannt. Nächsten Tag hast du gedacht, gut, alles klar, öffnen wir uns oben ein bisschen. Auf der nächsten Seite ist er komplett unten wieder durchgerannt. Also eigentlich macht er jetzt gerade nichts anderes, nur eben auf tieferem Niveau. Das, was er mal auf höherem Niveau gemacht hat. Ähm, deswegen bin, werde ich langsam ein bisschen vorsichtig, vorsichtiger hinsichtlich, äh, Prognosen, weil, man bleibt nichts anderes übrig, außer hier auf Sicht zu fahren und mitzugehen halt, ne. Also wir hatten das gestern schon gesagt, also wenn er da jetzt halt durch seine 5, äh, 15, 2, 30 halt wieder nach oben durchgehen kann, dann ist das halt so, ne. Dann geht er wieder hoch in Richtung 200-Tage-Linie. Die hat er allerdings nicht mal erwischt zum Danachstag. War insgesamt recht ruhig, könnte man fast schon sagen. Aber von der Bewegungsspanne war es auf jeden Fall nicht so prägt an, wie die, wie die vorherigen Tage. Es ist eher kleinere Strecke, die er gewesen ist, auch deutlich ruhiger unterwegs gewesen. Und dieses ruhiger, da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, ne. Wenn er natürlich hier jetzt mit ordentlich zu und dann nach unten durchgeknallt ist, Omikron nun in Deutschland, ähm, dahingestellt, ob es überhaupt deswegen gefallen ist und so weiter und so fort, ist jetzt da eigentlich schon wieder ganz schön viel, ähm, verpufft, nachrichtenseitig, ne. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn er jetzt zum Freitag natürlich sich versucht, nach oben zu arbeiten, ähm, dass es uns hier dann nicht, nicht schon vorher losrennt, ne. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass es schon ihm gut stehen würde, wenn er einfach hier unten noch mit reinrennt, ne. Wenn er einfach unter die Tiefs noch drunter macht, hier unten reinarbeitet und dann eben von hier sein V probiert oder eben den, 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 den Abbruch, das fände ich schade, wenn er das wirklich auslässt. Und eigentlich ist das ein schönes Niveau, also es würde ihm gut stehen, das auch noch abzuholen und sehr oft macht er das dann auch noch, ne. Aber so wie er sich momentan verhält, ist er, ja, hier irgendwie ein bisschen fest, wie festgenagelt, ne. Es springt immer wieder zwischen 15.100, 15.400 umher, unterhalb der 200-Taktlinie. Wir haben wieder einen Tagesschluss unter der 200-Taktlinie, allerdings auch wieder einen noch höheren als am Vortag. Also so richtig, ähm, gefällt mir das noch nicht im DAX, ne. Aber er kommt halt auch unten raus jetzt erstmal nicht mehr weiter, ne. Und kriegt nicht mal das Gap hier unten zu bei der 15.150. Das stand dann schon wieder knapp davor. 15.120 ist es ja. Ne, stand dann wieder knapp davor. Das hat es auch wieder nicht zugemacht. Also, da habe ich auch Intraday, ähm, mich durchaus drauf eingestellt, ne. Wir hatten da so eine sinkende Abwärtstendenz. Der DAX hat ja ganz schön an den Tiefs rumgeschraut. Und so bei 15.180, muss ich persönlich so von mir sagen, er hätte schon damit gerechnet, dass er wenigstens dann mal das Gap zu macht, ne. Und zack, dann haben wir doch wieder 100 Punkte höher und, ähm, 200 Punkte gleich. Dann hat sich er einfach erstmal wieder in die Range zurückgelaufen. So, von daher begrenzen uns oben nun eben auch wieder zum Freitag. Wir müssen letztendlich die gleiche Analyse wie am Vortag und am Vorvortag anwenden. Äh, wir sind auf gleichem Niveau. Wir haben kein neues Signal bekommen. Wir sind auch unter der 200-Tage-Linie, sinkt unser DAX weiter ab, fällt er unter 1.70 zurück. Würde ich jetzt schon mal als Kant nehmen, dass er zum kleinen Doppelboden drin einfällt. Und die 15.1.70 zurück, würde ihm das Platz geben für das 15.1.20, 15.0.30 und dann eben auch tiefer, ne. Wir sind die 14.8 rein, ne. Ne, sobald er die 15.1.70 nach unten umlegt, sollte er sich aber positiv gestimmt freuen. Dann hätte er oberhalb von 4.20. Wieder ein bisschen Platz in die, ähm, 500 rein, in die 600 sogar rein. 5.50, 600, das sind durchaus Ziele, bis dann, ich meine, wenn er jetzt durchzieht, jetzt auf der Oberseite, der hat jetzt genug Vorlagen auf der Unterseite gehabt, die hat er nicht genutzt. Wenn er durchzieht, auf der Oberseite ist es natürlich genauso, ähm, die, also sollte man es genauso besprechen, wie auf der Unterseite. Wenn er oben durchgeht, ist der Kipp plus das Ziel, der ist bei 9.10. Das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen. Also diese Pfeile, die wir hier noch drin lassen, haben, den sollte man nicht ganz vergessen. Auch wenn es für mich momentan trotzdem noch eine schwächere Leistung ist. Aber man muss halt das, ja, ihr seht es ja selber halt, ne, kommt unten raus halt auch nicht so richtig in, 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 in Trendschwung jetzt auf, ne. Jetzt hat er sich wieder ins Band reingehechtet, ähm, deutlicher, also es ist eine Stabilisierung, es ist eine Beruhigung. Und grundsätzlich macht unser DAX auch sowas eher öfter mal eine Aufwärtstendenz. Ähm, da muss er schon wieder ein bisschen Stress dann drauf bringen, um sich rauszugehen. Wenn er jetzt so schöne Vorlagen hier wieder gehabt, das habt ihr schon oft von mir gehört, ne, die Aussage hat er sonst schon eine Vorlage gemacht, muss jetzt einfach mal da noch was dahinter klemmen und es ist immer wieder auf ein neues Allzeithoch hinausgelaufen. Egal an welcher Stelle man das gesagt hat, da ging es immer darum, dass er eben aus dem Band bleiben muss und dann auch mal tiefere Tiefs bilden soll. Das ist ihm jetzt wirklich über ein Jahr nicht richtig gelungen halt, ne. Ähm, und es wird jetzt langsam von der zeitlichen Komponente dann halt auch wieder ein bisschen, es riecht einfach nach Stabilisierung, ne, man muss es ja so sagen. Also würde ich schon unseren DAX oberhalb von 420 ein bisschen Luft geben, eben rein in die 500 da, rein in die 550, 600. Und alles, was dann oberhalb ist, kriegt man auch deutlich einen Drahl nach oben. Grundsätzlich fehlt mir unten noch was, ja, aber ich würde sagen, ich will dafür jetzt die 151,70 Fallen sehen. Ich will da auch wirklich drunter arbeiten gehen. Die Vortageskerze war geil nach unten, die Kerze ist zumindest unter der 200-Tage-Linie wieder, aber der muss dann auch bitte jetzt unter der 1,70 weiter machen. Geht der nicht unter das 1,70 weiter, ähm, weiß ich nicht, ob ich oben rein überhaupt Short suchen würde. Ich glaube, ich würde es nicht machen, weil das mir zu sehr danach riecht, dass der hier reingeht. Also wenn ich Short machen würde, wollen, dann erst wieder unter der 151,70 eben rein in die Zone dann. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, würde mich jetzt hier aber dann eher doch ein bisschen aus dem Short suchen zurückziehen. Ja, einfach weil ich das Risiko jetzt sehe, wenn er sich jetzt über die 200-Tage-Linie per Tagesschluss auch schiebt zum Freitag und hier vielleicht auch über der 5,10 drüber geht rein und dann haben wir hier so eine grüne Kerze nach hier oben. Dann haben wir im Wochenchart, also, ich weiß nicht, dass, das sehe zu sehr nach Richtung Gap-Klustern aus, ne? Gut, okay, dann soll es das eigentlich soweit sein. Wir können in zwei Stunden noch kurz reingucken, aber da gibt es eigentlich nicht so viel zu machen. Wir haben das noch drin hier, ne? Aber wie gesagt, ich wäre jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger auf der Oberseite dort im aktiven Short suchen. Dann lande ich ihn dann nicht unter 1,70 rauskriege. Die würde ich ganz gerne einfach fallen sehen, ne? Diesen Bereich hier, den würde ich ganz gerne fallen sehen, damit da wieder rein kann in die 1,20 und dann eben auch tiefer. Ja, das bleibt alles gültig. Aber eben auch das Risiko, dass er uns oben ins Gap reinrennt, ne? Das bleibt auch da. Gut, okay, von daher würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ähm, ihr habt die Marken gehört, die mir wichtig sind. Das ist unten die 1,70. Alles, was da drüber ist, würde von mir jetzt eher eine Tendenz kriegen Richtung 5,50. Ja. Und wenn er sich hier nicht gefangen kriegt, 5,50, 600, ne? Dann ist halt hier, ne? 7,50 und Gap-Klust 9,10. Kann man nicht anders sagen. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch gutes Gelingen zum Freitag. Die, die mich nicht nochmal hören, schönes Wochenende. Und dann hören wir uns am Sonntag am Video für das Video zum Montag. Bis dahin. Tschüss. Ich hab das eine Sch Nurse! Und dann sehen wir uns an. Das ist das Bermat. Und dann sehen wir uns. Nein, bis dahin. Nicht das Bermat sind. Untertitelung des ZDF, 2020